Ich bin beeindruckt. Tu es. Tu was? Töte mich. Warum sollte ich das tun? Ich wollte dich töten. Ich habe meinen Vater enttäuscht. Meinen Imperator. Shao Kahn ist dein Vater? Ich habe ihn blamiert. Du musst mich töten. Das werde ich nicht. Wir sind nie aufeinander getroffen. Du hast niemanden blamiert. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Unter anderen Umständen. Kämpfer. Nur ein Krieger des Erdenreichs ist übrig. Der Shaolin Lu Kang. Wird er diesen Druck standhalten? Das Schicksal des Erdenreichs liegt in seinen Händen. Dein Gegner ist... Skorpion. Ich würde dich nicht dämmen. Mit Skorpion kämpft der Zauberer Guan Chi. Du hast schon verloren. Das Schicksal des Erdenreichs ist übrig.